Und was hat er für eine steile Profikarriere? Fünf Tore hat der 19-Jährige letzte Saison schon erzielt. Da war er noch U19-Jugendspieler und der hat den Mittelstürmer Torriecher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020